...soll beim Kampfverteidiger, bei der Borussia, das Mittelfeld stark machen. Der 19-Jährige, Lienen. Gute Flanke! Hei, hei, hei! Lienen. Na, er rutscht etwas weg hier. Lienen. Hier Gladbach am vorn. Zu weit vorgelegt, ja. Halten Rückpässe. Lienen. Gegen Neuberger. Ja, guter Pass. Lienen. Er kann dribbeln, das weiß man. Kommt er durch, kommt er vorbei. Mit Eintracht rufen. Top-Zuschläge auf den Rängen. Stehplatz von 7 auf 10. Tribüne von 15 auf 20, der teuerste Platz. Lienen. Er ist allein. Der Lienen, der links außen, er muss warten. Jetzt gehen sie mit. Spieler. Information von... Distanzschuss. Kulik, die Chance. Lienen. 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 Del Haie. Es gibt bereits beifadet gegangen. Kulik. Lienen. der flügelwechsel schäfer der haie die kurs ist ein schneller mann ähnlich wie der haie die feind ist jetzt voll auf die letzte karte auf die konta chance größere namen aber sie wissen wie das im fußball ist lehnen absatzfall ist aufgebaut alles vorne in der 70 sekunden vielleicht wird nachgespielt